Das Grauen Platzer Hotel Amsterdams liegt in Amstelwen in Nordholland. Das Grauen Platzer Hotel Amsterdams ist beliebt unter den Gästen. 90% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 32 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,5 von 6 Sonnen. Zimmer Mit 5,3 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service 5,2 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,1 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,3 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,5 und 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.